Das Video-Mapping, was die Jungs gemacht haben, ist ziemlich geil. Es ist mal was anderes, es ist jetzt nicht die alte Fabrikhalle oder die Clubs, die man eh schon besucht und kennt und bespielt hat, es ist mal was Neues und es ist schön halt auch mit der Bühne, dass es ein bisschen inszenierbar ist. Ich finde es toll, wie die neue Generation jetzt auch die Musik annimmt und es sollte noch weiter versuchen, es gibt jedem eine Chance, der sich präsentiert, hört die Musik rein, lautscht auch mal 10, 20 Jahre zurück, wie das Ganze angefangen hat. Ich war immer der Jüngste und hab immer zu den großen Partys aufgeblickt. Jetzt ist es so, dass junge Leute Partys betreiben und die richtig viel Spaß daran haben und das auch richtig gut machen. Alter, es rockt auf jeden Fall. Ihr müsst dabei sein, ihr müsst euch das angucken. Junge Kärmlinge an der Galle.